Servus bein Land, sehr schön, dass ihr alle da seid, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, weil sie ja alle meine Kollegen sind oder sonst andere Weitere. Ich bin der Julian und wir sind heute hier zum Volksgesang verabredet und für diejenigen, die das jetzt so noch nicht kennen, das Prinzip, erkläre ich mal kurz die Regeln, die für das Volksgesang hier wichtig sind. Die erste Regel, es gibt kein zu laut und es gibt kein zu falsch. Also ihr könnt einfach mitgrölen, mit singen, ihr könnt Überstimmen dazu erfinden, ihr könnt die zweite Stimme dazu singen, wenn ihr sie kennt, ihr könnt die Bassstimme singen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde hier oben einfach die Lieder durchzocken und ihr könnt mitmachen. Und je mehr mitmachen und je vielfältiger ihr mitmacht, umso cooler wird der Abend heute. Okay? Und für diejenigen, die jetzt immer noch nicht überzeugt sind oder sich immer noch nicht trauen, weil sie sagen, na, meine Stimme, ich singe jetzt nicht so toll, ich bin Musiklehrer hier, ich fahre von oben. Ich unterwichte sehr viele, achte Klassen. Das ist heute Urlaub für mich, okay? Nein, egal, was ich nur auf jeden Fall. Halt! When I saw her face, now I'm a believer. Another trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her in quite far. I'm a believer, not a trace of doubt in my mind, I'm in love, oh no, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. And now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind, I'm in love, oh no, 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 I'm in love. 990 und bei uns, der Weg zum Horizont, mit Mann für UFOs aus dem All, darum schickt der Heim-General den Fliegerstaffel hinterher, und nach zugegeben, denn zu Werner Michael noch an Produktion, 990 und bei uns, die man singt. Ich sag über, ich sag Rage, über, über, sehr gut.